hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich habe heute noch mal ein foto für euch da letzte woche dieser einkauf ja irgendwie gar nicht gar nichts war also gar nicht gar nichts aber war ja eher vorrat und jetzt nicht so wirklich für den alltag was deswegen war ich heute noch einkaufen und vorab möchte ich sagen negatives könnt ihr gerne schreiben gerne ich bin da voll offen für aber wenn jemand einen erwachsenen versucht zu sagen was man zu tun oder zu lassen hat finde ich echt unterste schublade weil jeder soll so leben wie er es möchte und wie er wie er leben möchte und ich sag ja auch ich schreibe auch niemanden vor du musst jetzt das machen und das machen weil ich finde das scheiße oder ich finde das so besser wenn du das so machst so und ich lasse mich nicht gehen ich war jetzt nur ein paar wochen nicht beim sport mein gott also von vier wochen nicht beim sport sorry aber dass immer noch meine sache und wenn ich das zeitlich nicht schaffe dann schaffe ich das zeitlich nicht und da kann mir keiner sagen was ich tun soll wenn gar also nee sorry das geht gar nicht so ansonsten negatives und auch wenn also wer jetzt kein gelaber video sehen möchte sondern einfach nur essen sorry das auch in der falschen stelle denn ich rede auch gerne über meine woche über mein alltag und wie mein leben so ist wenn das nicht passt gerne abschalten für alle die das dann interessiert für meine lieben die immer meine videos gucken ihr bleibt gerne dran alle anderen können gerne abschalten die einfach nur essen sehen wollen das ist nicht mein kanal ich rede auch ziemlich gerne über mein leben deswegen tut mir leid denn sollte ich ja noch falschen adresse wir fangen jetzt an es gibt drei berliner also zwei und ein gratis bei lidl gerade da habe ich welche mit genommen ein hat der kleine schon gegessen denn bei penny durfte nur einmal promis mit da sind die gerade im angebot für 99 cent deswegen dürfen sie einmal mit weil wir heute burger essen also mein freund und ich und die kinder essen spinat und kartoffeln und ei so aber nicht mehr so viel da haben und wir wollen die rest jetzt irgendwie ein bisschen verwerten deswegen so und so ist ja nicht schlimm jeder ist das was er gerne ist so dann brot habe ich einmal mitgenommen dieses weltmeister brot ja dafür 1 euro 69 genau dann drei bananen durften mit ich glaube für diese woche reicht das wir haben ja heute schon montag und ich habe noch ganz viel anderes obst ich auch deswegen das treibere ich habe einmal kessel chips barbecue mitgenommen waren im angebot für 129 glaube ich dann einmal bürger gut für 79 cent gerade im angebot dann habe ich hier noch so ein bisschen spanisch oder ist das südamerikanisch die sparen kommt sogar aus madrid da wird mein freundin da kommt nicht aus madrid ich weiß aber nicht was das ist ich glaube dass das brot so oder so ein blätter text sagt keine ahnung ich kann kein spanisch ich verstehe nicht so viel einmal die beiden habe ich mitgenommen das eine chili okay das kann ich noch lesen und das andere weiß ich nicht da ist so eine honigwabe drin deswegen denke ich mal ist das honig vielleicht kann ja einer von euch spanisch und irgendwas steht da drauf so dann durfte einer bakla bakla war mit bakla war reduziert auf 84 cent und wisst ihr was ich richtig schrecklich finde leute also wenn 50 prozent reduziert ist dann nämlich auch richtig gerne etwas mit aber ich lasse ein anderer menschen auch noch was also ich nehme eine oder müssen zwei wenn extrem viele als vielleicht auch noch drei packung mit aber ich lasse noch den anderen menschen was übrig und mir ist das jetzt schon so so oft aufgefallen heute auch wieder dass einfach eine person den kompletten einkaufswagen voll mit den reduzierten sachen einpackt und den anderen überhaupt nichts mehr übrig lässt ich weiß nicht ich finde sowas egoistisch und wer ich da verkäuferin ich glaube ich würde etwas sagen weil man muss es nicht übertreiben andere haben vielleicht auch nicht so viel geld und kaufen sich das nicht dass ich das jetzt haben möchte um gottes willen aber ich finde das schrecklich wenn man den einkaufswagen einfach voll knallt mit allen sachen die da sind ob man braucht oder nicht ich war auch das ist schon ein paar wochen her da war ich morgens bei lidl montags und montags ist bei lidl immer alles reduziert also bei unserem lidl ich glaube das ist immer unterschiedlich und ich muss meine haare aufmachen und der also ich weiß nicht wie viele menschen in dieser familie leben das ist ja auch immer so ein ding man weiß es nicht wie viele aber der einkaufswagen war einfach komplett voll mit fleisch nur fleisch da drinne und ich kann mir nicht vorstellen dass er eine 50-köpfige familie zu hause hat die einen riesen einkaufswagen voll mit reduzieren also jeder kann darüber denken wie er möchte ich finde es ein bisschen naja lass doch bitte ein bisschen was auch noch für die anderen da und kauf nicht alles also ich finde das schrecklich ich finde schrecklich aber gut ich weiß nicht bin jetzt nicht so zu so also ich habe noch ein paar kirchen gefunden für meine kinder die waren auch reduziert auf 69 cent oder so weiß ich nicht aber so ein paar kirchen gab es denn ich kaufe lieber denn jeden tag frisch weil die gammeln schnell dann habe ich einmal takus noch mitgebracht weil das essen wir wenn zum beispiel morgen gibt es bolognese und wenn da noch was übrig bleibt dann haben wir da noch mais und so ein kram rein und dann essen halt eben am nächsten tag tag und resteverwertung so ich habe noch zweimal mehl mitgebracht und ich muss sagen ich glaube mir reicht jetzt bei uns ich mache mal ein video und zeigt euch unseren vorratsschrank da ist mehl nudeln war noch was drin ist zucker also jetzt nicht spektakuläre sachen drin sondern einfach nur die grund nahrungsmittel genau aber bei uns ist jetzt auch nicht mehr so dass man sich nur zwei pakete nehmen darf ich habe jetzt nur zwei weil wir haben viel sondern man kann sich jetzt wieder so viel nehmen wie man möchte die palette war auch wieder voll also mir gibt es anscheinend wieder bei penny habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet ob es mehl da wieder gibt was mir aufgefallen ist öl also öl gibt es immer noch nicht und es ist schon wieder teurer geworden und zwar kostet ihr kennt bestimmt alle von tomy dieses öl sonnenblumenöl in der glasflasche hatte mal fünf euro gekostet wo ich mich noch mit meiner oma unterhalten hatte und jetzt habe ich gesehen im angebot reduziert 5 99 also sorry aber so dann würden da ich sie ja letzte woche freitag war das glaube ich genau freitag nicht mitnehmen durfte konnte wie auch immer habe ich jetzt einmal hören wir haben ja heute morgen nämlich bei meinem frühstück fehlt es kommt schon wieder immer wenn ich ein video macht kommt schwarz so dann habe ich einmal bio möhren mitgenommen die kosten 169 die normalen kosten 139 aber die sahen echt nicht mehr gesund aus also die waren grün und schwarz also dann nehme ich lieber bio möhren mit und bezahlt 30 cent mehr aber die sehen richtig richtig gut aus so dann hat einmal nektar nektarin sind das ne nektarin mitgenommen die sind noch sehr hart ich mag das nicht wenn diese hat also wenn obst allgemein so hart ist außer etwa die müssen hart sein aber sonst mag ich das wenn obst so ein bisschen weicher ist würden zum beispiel ich liebe bürgen wenn die richtig matschig dann habe ich einmal hat fleisch mitgenommen weil ein bürger hat mein freund noch und ich habe aber nichts mehr und habe eine packung kackfleisch da mache ich mir denn ein bürger von und macht gleichzeitig die soße für die bolognese morgen genau ist im angebot für 4 99 oder was habe ich bezahlt ist auf jeden fall im angebot band und bei it gibt es auch hat fleisch gerade im angebot und bei edeka auch also könnt ihr euch aussuchen dann habe ich einmal diesen rost schreck noch mal neu mitgenommen wir haben den damals gekauft vor sechs jahren genau und funktioniert leider nicht mehr deswegen habe ich jetzt mal neu mitgenommen der kostet fünf euro damals habe ich noch zehn oder haben wir noch zehn euro bezahlt genau ja aber ich finde ihn richtig gut also wir haben bis jetzt kein rost außer ein messer das fängt jetzt an zu rosten deswegen weiß ich das ding funktioniert nicht mehr aber sonst haben wir nie rost gehabt an gabelmesser und so weiter davor ja bevor wir oder bevor ich das nicht benutzt haben so dann habe ich hähnchen keulen die waren auch gerade im angebot für 2,99 oder 49 irgendwie so ich habe die preise jetzt nicht im kopf und da mache ich dann wieder hähnchen gulasch und ich glaube dann nehme ich euch mit bei einer von euch wollte nämlich dass ich das rezept mal zeige wie wir das machen und einmal nürnberger rostbrat wüssten die xxl packung für drei euro ich weiß es nicht keine ahnung so viel vorrat falls wir mal kein essen mehr da haben oder es gerade sonntag ist und wir vergessen haben irgendwas einzukaufen dann kann man das schnell machen aber ihr versteht was ich meine und dann habe ich zweimal meine zitronen keine kohle keine pfanda kein nichts und einmal kartoffeln und ich habe zwei sixer selta mitgenommen genau das war mein einkauf für den einkauf habe ich knapp 50 euro bezahlt und das reicht uns völlig für diese ganze woche denn heute essen wir bürger heute ist montagmorgen gibt es nudeln ist dienstag mittwoch gibt es dann hähnchen hähnchen gulasch da nämlich euch ja damit genau und vielleicht reicht das auch noch für das wollen wir mal nicht sagen weil die männer lieben das essen und dann ist nämlich alles gleich wieder weg donnerstag da habe ich noch spanische wurst und kartoffelpüree und gemüse und so und freitag hat mein sohn geburtstag da werden wir dann grillen und samstag und sonntag mal gucken was was wir so machen ich möchte ja gerne wegfahren wir haben uns auch oder ich habe mir auch das 9 euro ticket gekauft ja ich habe viel vor viel geplant wo man alles hinfahren könnte mal gucken die kinder oder mein kleiner hat sich sehr sehr gefreut endlich zu fahren und bus fahren das habe ich sonst nicht gemacht aber er hat sich gefreut hat auch gleich seine freunde gefunden die sind dann auch mit gefahren und dann waren wir an der ost also wir nicht an aussee aber seine freunde wir sind aber in die gleiche richtung gefahren genau so wollte ich euch noch was erzählen nein ich glaube nicht ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun es ist halb fünf ich muss eure bestellung jetzt noch machen räumen diese sachen weg und dann muss ich auch schon das essen für die kinder machen genau und wir erwachsenen also ich und mein freund wir essen immer später weil er ziemlich ziemlich lange arbeitet momentan bis spät abends und dann essen wir zusammen aber ich bin natürlich bei den kindern dabei setzt mich dahin trinkt meinen kaffee oder ich sitze auf jeden fall mit den kindern zusammen dass sie nicht alleine essen müssen das finde ich nämlich immer ein bisschen traurig wenn kinder so sich ihr essen selber nehmen müssen und dann oder selber machen müssen und sitzen dann alleine das mag ich nicht ich mache meinen kindern immer was zu essen außer der große der macht sich schon eine ab und zu machen hat dann macht er sich ein brot oder so das finde ich jetzt nicht schlimm aber ansonsten macht man mal das und setzt mama sich mit den kindern an tisch und bis sie fertig sind und abgeräumt haben ja ich finde dass das muss irgendwie sein und am wochenende essen wir alle zusammen aber in der woche ist immer ein bisschen schlecht so das war mein einkauf ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja lasst mir gerne einen daumen nach oben da ein kostenloses abo ich würde mich sehr freuen wir wachsen ja unglaublich gerade also ich finde es toll auch wenn es irgendwie immer nur so ein paar sind die mich abonnieren aber wir kommen den ziel von 2000 wirklich immer immer näher und ich freue mich ich freue mich ihr seid so toll und danke danke dass ich ja dass ich diese videos machen darf kann das ist ja meine sache aber das ist auch menschen gucken so wie ihr ich hätte das ganz toll und ich bedanke mich und wir sehen uns zunächst mal